Und dann bist du einfach an der Schule gekommen? Ja, dann musste ich nach Leipzig. Ich habe im NRW in Dortmund Deutsch auf Lehramt studiert. Was ist ein Lehrer ohne Depression? Na, arbeitslos! So klar! Das ist wirklich so! Hallo, Schatz! Ich will es nicht dreckig machen. Was machst du hier? Ich wasche ab. Das ist das, was ich sehe. Aber die Frage war, was du hier machst. Ich habe dir doch einen Zettel geschrieben. Doreen, bitte. Können wir jetzt nicht zu Hause? Ich habe dich versucht anzurufen, aber dein Handy war aus. Geht es jetzt hier um mein Handy? Oder darum, dass mein Mann mitten in der Nacht im schwarzen Schwan Teller wäscht. Ciao, Franky. Ciao, Franky. Ciao. Schwarzes Ross. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen. Du hast doch gesagt, ich soll mir was suchen. Wovon redest du? Okay. Wovon ich rede? Ich rede davon, dass ich endlich mal wieder unter Leute muss. Dass mir zu Hause die Decke, dass ich zu Hause noch blöde werde. Okay. Jetzt rede ich mal. Das hier, das ist Betrug. Ja, du betrügst mich hier. Ist dir das überhaupt klar? Das ist doch absurd. Womit betrüge ich dich denn? Mit den Tellern? Mit den Töpfen? Mit dem Geschirrtuch? Bitte bleib jetzt. Sach mich. Wie lange geht das schon? Vier Wochen. Ja, zuerst war ich nur in der Frühschicht. Aber jetzt kommt der Laden und die machen ein super Abendgeschäft. Und da brauchen sie mich einfach. Ich habe versucht, mit ihr zu reden, aber du hast ja keine Zeit. Jetzt machst du mir wohl Vorwürfe. Hey. Schatz. Tut mir leid. Lass uns doch einfach... Du bist so ein... Komm du mir mal nach Hause. Also. Du lässt das hier jetzt sein. Dann packst du deine Sachen. Und dann geht's ab. Nee, Schatz. Nee. Ich mach das hier noch fertig. Und dann komm ich nach Hause. Frankie. Das ist jetzt kein Spaß. Das machst du nicht. Ich habe nachgegeben, als es darum ging, dass wir nach Sachsen ziehen. Ich habe nachgegeben, als es darum ging, dass wir keine Kinder haben wollen. Ich habe nachgegeben, als es darum ging, dass wir nicht aufs Land ziehen. Frank. Du bist Lehrer. Du bist ein kluger Kopf. Du willst mir doch jetzt nicht weismachen, dass du das hier brauchst, damit du dein Ego streichelst und nicht immer nachgeben musst. Ist das alles? Doreen, ich bin arbeitslos in Sachsen und nicht in NRW. Ich bin ein Hausputtchen, weil du Karriere machen willst. Das ist alles. Ey. Gibt's dir vielleicht was zu trinken? Im schwarzen Ritter oder Ost? Schwang. Ich bin schwarzen Ritter, ich bin schwarzen Ritter.